Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Pocket Edition, Windows 10 Edition und hier ist ihr Gastgeber, der Jari. Hallihallo, danke, danke und herzlich willkommen zurück. Ich bin hier, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Das bedeutet, wir holen noch Stein, indem wir das hier rausrouten. Es sollte nicht das Problem sein. Zack, zack, außerhalb die ganzen Viecherskommeln, dann kann es zum Problem werden. Aber das klingt ja ganz fix. So, und rein und drauf. Rein ist leichter gesagt als getan, weil wir haben noch keine Tür. Machen wir einfach so, ich hoffe, das war jetzt die Münke. So, zack. Und jetzt einmal mit ein wenig Dreck nach oben. Essen wäre auch schon wieder angesagt. Und dann ziehen wir das noch durch. Das geht sich aus. Schön. Wunder, wunderbar. Gut. Einmal wieder nach unten. Haben wir Holz. Wir haben Holz. Das ist schon mal eine schöne Sache. Denn wir können gleich das Dach machen. Da bauen wir uns mal da rüber. Und das Dach lassen wir gleich von hier aus starten. Und mit einem Überstand lassen wir das Ganze beenden. Und schon wieder bauen. Wie beim letzten Mal einfach bauen. Ach nee. Schaut mal. So. Ein bisschen aushalten. Nee, 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 nee. Wo ist er? Da unten ist er. Mach es. Ich bau die Tür wieder zurück. Lästiger. Sie fehlt. So. Dann. Zurück. Zum Projekt. Projekt. Dachbau einer Kapelle. So ungefähr sieht das dann aus. Mann, da ist man so ewig vergiftet von den Affen. Und das macht es so langsam. Die Bremse trifft absolut aus. Geht so schon alles so langsam. Aber die Typen. Die sind richtig lästig. Zack, zack. Und dann. Wo kommen wir dann hin? Hier. Dann haben wir hier noch drei. So, dann muss der Tum noch etwas höher werden. Oder? Drei, zwei. Okay, dann ist das genau der Mittelkopf. Das ist gut. Das ist schön. Warum gehe ich zurück? Ich muss ja davor. Gut. Das haben wir jetzt ganz schnell. Werden Sie. Das geht ganz schnell. Holz, 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 Holz. Zack, zack. Gut. Die eine Hälfte ist schon fertig. Die zweite folgt zugleich. Wupp. Schmerzen. Essen. Gut. Hm. Ja. Und. Ja. Und. Kameran. Kameran. Das ist mal eine schöne Aktion. Ich darf mich nicht zu sehr beeilen, weil sonst liegen wir wieder unten. Aha, ja. Genau so. So habe ich das geplant. Ich wollte euch zeigen, wie schnell es geht, dass man runterfällt. Eigentlich nicht, aber ja. Was soll's. Das hat auch gut funktioniert. Und der Baum ist auch schon wieder im Weg, oder? Nicht der Baum, der Schnee. Der Baum kann diesmal nichts dafür. Jetzt werden wir uns gleich noch anpassen. Holz, Krate. Nö, nicht halt. Holz. Alles hier und nehmen wir alles. Wir nehmen alles. Das ist gut. Wir haben Holz, wir können bauen. Aber mit dem Stein werden wir wieder zu wenig haben, Schätzchen. Eh, ich habe da was vergessen. Cool, der Baum wächst aus der Kirche raus. Nee, falsch. Falsch! Das war knapp. So, den noch. Mein Gott! Horti Gotti! Jetzt hat's. Einmal wegruppen, wegruppen, die ganzen Baufehler beheben. Und jetzt bräuchten wir noch Stein. Wir haben aber nur noch fünf. Oder. Aha. Idee. Idee, 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 Idee. Ich habe da eine Idee. Das könnte vielleicht ganz gut aussehen und habe ich so auch noch nie gesehen. Das bedeutet, wir bauen uns etwas rauf, gehen auf den Zaun und machen einfach mit Zaun weiter, weil in den Kirchturm ist eine Glocke und die Schallwellen der Glocke müssen rauskommen und das funktioniert ja so eigentlich ganz gut. Könnte auch optisch ganz gut aussehen, aber ich glaube, wir werden mit dem Zaun nicht so weit kommen. Oh mein Gott! Warum so viel? Ja, Bein ran! Die nächste Etage vielleicht mal öffnen und dann die Abschlussetage. Das könnte fetzen. Das könnte fetzen, meine Freunde. Das würde bedeuten, hier, 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 ja, komm schon mal, Mann, hier und hier. Wir gehen noch etwas höher. Und dann, keine Mitte, keine Mitte. Nee, nicht du, nee, auf jeden Fall nicht du. Abschlussstein, nee, das machen wir, das ziehen wir jetzt voll mit den Dingern durch. Ja, genau so nicht. Genau so nicht. Tut es weg. Das ist gut. So und so. Wir können eh über den Zaun balancieren, das ist auch mal eine gute Sache. Und aufbringen, aufbringen und jawohl, schön. Und wir werden mit dem Zaun anscheinend auskommen, das ist ja megamäßig gut. Und den Turm, würde ich jetzt sagen, mit Treppen, auch wenn der Schnee nicht liegen bleibt. Erstens, da oben sieht es kein Mensch. Und zweitens, gerade hier ist es einfach schöner. Aber wir machen das gerade. Genau, so hätte ich mir das vorgestellt. Genau, Spitze. Läuft, läuft, Freunde. Das ist doch mal was anderes, wenn es läuft. Dann, ähm, so. Ja, schau mal, das Dach ist doch gleich zu. Na, hab ich noch eine Axt? Wir haben noch eine Axt. Gut, 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 gut. So und so. Und dann sind wir auch schon gleich mal dicht. Dann haben wir ja die Kapelle in Rekrutzeit aufgestellt. Dann fehlt nur noch der Feinschliff. Ja, so genau nicht. So, und hier oben. Bräuchen wir einen Abschluss. Und zwar wieder das normale Holz. Da könnten wir eigentlich ein Kreuz raufbauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Ah, 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 ah. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ne, 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 ne. Eins, zwei. Eins, zwei. Ja, das... Doch, das passt so. Aber wir müssen dann nochmal irgendwann rauf, um ein paar Fackeln anzubringen. So. Das Kreuz steht. Cool. Gut. Ja, das... Hey, das kommt gar nicht so schlecht mit den Zähnen. Hätte ich mir gar nicht so gut erwartet. Also, mir gefällt's. Sagt mir, wenn's euch nicht gefällt, oder wenn's euch auch gefällt, schreibt es einfach in die Kommentare. Würde mich glücklich machen. Okay, auf jeden Fall brauche ich hier noch etwas Stein, um das Ganze zuzumachen. Den haben wir jetzt natürlich nicht hier. Aber, ist nicht so schlimm. Wir haben hier drinnen ja auch noch mehr als Geniegarbeit. Wir butter mal ab. So. Kommt das raus. Dann ist das schon ganz gut. So am Haus. Ja, die Fenster, die Fenster, die Fenster, werden natürlich schmale, hohe Fenster. Wie sich für eine Kirche gehört. Hier fehlt auch schon. In schon der Stein, das passt. Und hier würde ich das gleich machen. Zack, zack. Und auch wieder ein Baum dahinter. Die werden wir natürlich noch ein wenig entfernen müssen und umplatzieren. Gluck, gluck, gluck. Steine sind eingesammelt. Die Zehen können wir gleich verbauen. Da werden wir nicht weltweit kommen mit den Zehen. Aber ein bisschen was. Geht schon. Gut, das war das. Den Boden müssen wir natürlich auch einmal aus der Gruppe. Ist natürlich wieder eine super spannende Arbeit. Geht schon. Plus. Geht schon. So, Boden ist draußen und wir nehmen jetzt diese Steine, 36, und schon wieder Weizen. Was ist jetzt schon wieder weg, dass ich wieder Weizen habe? Was war es? Oh, Leute. Hey, da hat sich jetzt... Was war das? Der Spielspaß ist enorm, wenn du dein Werkzeug einfach 5 Euro machst. Aber ist ja auch egal. Haben wir noch... Nee, hat er natürlich. Warum hat er immer nicht das, was er braucht? Aber, dann können wir gleich schauen, ob wir noch etwas Buchstellen haben, dass wir vielleicht auch die Fronten zubringen. Das würde heißen, wir machen in der nächsten Folge die Kapelle fertig. Das wäre ja auch ganz mieser. Also, bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen. Like, Kommentare wäre schön. Abo natürlich auch. Würde mich über alles freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.